so leute und damit willkommen zu dunkelkong country 3 dixi was dixi's conquest keine ahnung was mit slash double twubble ich kann auf deutsch umstellen ja ist das nicht was für dich, möchtest du wohnen oder Stereo haben? ihr redet wache hallo? das stimmt, es fällt noch nicht mal auf ja, stimmt auch wieder möchtest du mit dem team spielen oder möchtest du mit gegeneinander wieder spielen? team ist ein bisschen blöd für uns beide, ne? ja, ich weiß ich kann nicht so viele buchstaben aus fehlen, deswegen finde ich so einen namen, wenn ich jetzt flash eingebe, auch ein bisschen mehr also mach ich jetzt so ja, okay, ne? mach doch behinderte, clowns ne, behinderte, clownige clowns dumme clowns das ist okay hast du das auch noch was wählen? das ist für dich, du assi ja, ist egal, mach auch irgendwas okay, jetzt musst du dir was überlegen also mit x wird schwer, aber da kann ich, weiß ich auch nichts doch xylophons xylophons suchen quallen kacken hin kacken hin weiß ich nicht xylophons sacken querkickern xylophons start to play, klick mal bitte ey, drück nochmal ey, du hast den buchstaben weggemacht ich hab das genau gesehen xylophons sacken Geweckgecker? Hallo Freunde! Hallo! Alter Kuh! Guck mal, das ist Nintendo 64! Ja, ich weiß. Boah, geil, die Namen waren ungeil! Hast du die geilen Namen gesehen? Okay, ich wusste nicht, dass er so behindert wird. Wo darf ich denn als erstes starten? Hallo, das sind wir beide, das wird behindert. Hier ist die Speicherhöhle, hier ist um der Kramland, okay. Funky! Ey, Alter! Geh mir mal ein Motorboot! Ach ja, jetzt holst du dich! Ach, ruhigst du dich! Oh, ich kann fangen. Boah, ich weiß gar nicht die Tasten, ne? Ne? Ne. Gut, dass ich einen super Nintendo-Controller habe. Okay. Ich weiß jetzt nicht die Tasten. Keine Ahnung, wobei mir Y ist. Dreimal Y, einmal A. Okay, guck mal, weißt du, dass das geil ist? Das ist bei mir X. Ich weiß nicht, wo bei mir Y ist. Okay, nochmal. Das ist X. Dann wird das B. Was ist unten bei dir? Unten ist B. Das ist genauso angeordnet. Okay, das ist bei mir B. Das ist genau auf Kontrolle angeordnet. Was ist bei mir jetzt A? Ich bin jetzt gerade zum ersten Mal. Habe ich wirklich nicht darauf geachtet. Okay. Wie lange willst du eigentlich noch dran rumspielen? Ey, ich weiß, wo bei mir Y ist! Wow! Habe ich das nicht mal irgendwo aufgeschrieben? Ne, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe ja eben nochmal eingestellt bei mir den Controller vorher schon. Ja. Du find... Keine Ahnung. 100% machen wir eh nicht. Nö. Ich mach das eigentlich nur aus Jux und Dollerei. Langolimbo. Okay. Wie war das? Du wolltest ja eigentlich vorher das nochmal durchspielen, ne? Habe ich schon. Wann? Wann? Ja, in der Nacht drinnen. Eineinhalb Stunden. Hm? Ne, welche Nacht? Weißt du nicht, wenn ich das gemacht habe? Ist geil, ne? Mach jetzt mal. Basti. Was denn? Ich bin ganz Basti. Doch. Sammel die Sterne. Das war aber ein kleiner Leck eben bei mir. Hm, Soundbugs. Habe ich aber auch. Wo ist das ein Leck? Bei die Soundbugs? Bei mir Lecks. Aber das war bei Nintendo sowieso immer bei uns. Das ist bei mir gelächter. Vollidiot. Danke. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das von dem GameZone so passt, aber ist mir grad egal. Stell ich beim nächsten Mal dann richtig ein. Ja, ja. Und warum wir das gerade spielen? Bei Mario Party, die funktioniert. Und weil es lustig ist. Weil es irgendwie leckt. Erst haben wir es hingekriegt, dann ging es doch nicht mehr. Bla, bla, bla. Wie das schon wieder alles kennt. Ganz ehrlich. Poiside. Daralf един. Lecht der Spaß. Dilip, dib, dib, darAlilap. Lebel んap. Lebel vertex, der R Talent. Ich konzentriere mich okay? Ku resist突突突. Ich konzentriere mich, okay? Du gibt Banane nix. Wo ist das bei mir schnell eingestellt? Ja. Das ging es. Es soll auch so gemütlich gehen Achja Ja damit Ich tipptipptipptipp Ich glaub, dein Gamecon ist ein bisschen leiser Bis so behindert Und so mach mal 15 Lebe mit einer Runde Du bist wieder lila Musst du noch vorbei eigentlich? Hm? Hat er jetzt gerade automatisch oder? Das macht er automatisch, ja Okay Hallo Freunde Achso, jetzt komm wir schon Jetzt komm die geilen lustigen Namen wieder Obwohl es, es sieht bei dir gar nicht mal schlecht aus, ne? Warte mal, darf ich, weil ich muss ja eben kurz die Namen ausschreiben, okay? Ich lass mich Wir lassen uns immer was überlegen, okay? Warte, ich muss ja auch schon B, C, C D Okay, ich muss ja B machen Jetzt haben wir bei X, Q Okay, wir lassen uns was überlegen, was vor allem ist, okay? Boah ey, ich schreib doch mal Scheiße Du schreibst das gerade auch auf, oder was? Hm Wenn man schreiben würde bei mir Ich kann's ja auch nachher per Ding schreiben C, 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 D, C Versus Ich weiß schon auch den ersten Titel da für dieses Spiel Ja? Ja Ich glaube wir werden auch nachher beide den gleichen haben Nein, ich will meiner Lieblings-Oma keinen Kuss geben Aber ich mag das in diesem Spiel, das Lila nachher Da ist der Krabbeladen Da war ich nicht so ne Hey komm her du Bär, ich hau dir gleich aufs Mauer, gib mir mal deine Sachen her Ne, will aber nicht Hey du Pisser, gib Nein Was? Warte den Spiegel nicht Fuck Ja das sei mal gut, dass du ganz rausgehen musstest Ja Oh, ich weiß, oh ja, ich weiß meine Reihenfolge noch Ja Hm, die Spiele nachher Du bist so Das hätte er noch mal gehabt Grün Ja Na, nicht wirklich grün, ne Ja okay Was ist es? Keine Ahnung Rasen Brom 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 Rasenmilch oder so Keine Ahnung Kotze Baby Kotze Haha, Baby Kotze Ne Äh 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 Ich weiß Ja gut, ich weiß meine Tasten nicht Das ist das Brom 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 Also wenn du alle sammelt gibt es nachher noch eine Überraschung, aber ich habe schon mal alle gesammelt Viel Spaß dabei, 5 Stunden Okay Du musst eine Schlampe Du musst eine Schlampe Alle finden alle Geheimdinger Mal gucken, wie schnell sind sie alles da Oh mein Gott Das Schlimme ist eigentlich hätte ich dich vorspielen lassen müssen Hättest du? Mhm Weil du alles danach mitbekommst, was ich immer mache Ja War hier nicht eigentlich auch nochmal was? Nein Sonst hätte ich es ja schon gemacht Ich habe nicht ganz drauf geachtet, was du gemacht hast Ich habe mal auf dem Desktop rum geschwiegen Ja 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 Das ist das Blöde an dem Controller auch Warum? Keine Ahnung Habe ich auch Das Problem Musst nur geschickt anstellen Ja Ich habe geschickt seit wann? Ich habe das beim 64 Controller gehabt Ich habe mich nicht bewegt, ist automatisch von selbst gelaufen Und das kriege ich hier nicht Bin zu blöd Ja Schnell Oh mein Gott Scheiße Wir möchten anmerken Es wird Centus auf jeden Fall sehr viel Spaß machen, Donkey Kong wieder zu spielen Hatten wir dieses Problem nicht schonmal? Erinnern wir uns auch Centus Weißt du, wo du Probleme haben wirst? Erinnerst du dich noch an das Honig Level? Ja Mhm Hier wirst du genauso ein gleiches Level bekommen Es ist nur nicht das Honig Level Aha Es ist das Gebirgs Level Ui 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 Da gibt es auch einen Trick bei Bei einem Level Da kannst du mit dem Fass-Trick Kannst du einfach komplett das ganze Level machen Okay Also das komplette Level in 30 Sekunden durch Aber ich cheat hier nicht Was soll ich? Du cheatest doch immer Ja ich mache sowieso nach alle Tricks wieder Damit ich ganz schnell durchkomme Mhm Oh so Boah dann muss ich generell grad mal wieder auf die Steuerung klarkommen Hallo ich muss erstmal die Tasten auswendig wissen Guck mal das hättest du auch niemals gewusst Das ist total kacke Ich glaub doch Ne Fuck ich spring doch mal rein Doch Ich find das total kacke Weil ich das gerade erst gemacht hab Ne bei mir ist auch das Problem auch Wenn ich runter drücke oder so Oder zur Seite dann Macht er das nicht so richtig wie er soll Okay Oh das geht zu weit Weißt du doch noch Naja das weiß ich Da hab ich nur Donkey Kong 2 und 1 Ach die waren sehr gut Waren sehr gute Teile für mich Für dich ja Ja weil ich's auch immer bis zum Ende gespielt hab Du warst irgendwo bei der Mitte Warte wo warst du denn als ich beendet habe? Warst du dann hier im Sumpf Level? Warst du dann hier im Sumpf Level? Weiß das nicht Warst du glaub ich im Sumpf Level Ich bin einfach nicht mal weitergekommen Deswegen Hey ich glaub du warst bei dem ersten Wo warst du denn beim ersten? Ich weiß das nicht Beim ersten weiß ich das auch nicht Da haben wir auch nachher so gemacht Dass ich einfach noch den Endboss gemacht habe Hm ich glaub ja Weil ich da immer geladen habe Das stimmt ja Y Y Y Ah Ähm Bei dem zweiten Teil bist du beim Sumpf Level nach gewesen Da weiß ich nämlich Da hast du noch den 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 Versuch den Fettsack zu töten Ja es kann sein Cheater ey Dieser Dieser Ballon Wissen 99,99% der Leute nicht Aber das siehst du ja eigentlich Nein Der muss einmal mit dem Mit dem Ding zurückspringen Wenn du mit dem Donkey Kong zurückspringen Nein Siehst du das nicht Ich hab das Ding doch eben gesehen Wo ich mit dem Elefant hochgesprungen Ja mit dem Elefant Mit dem Elefant siehst du das immer Aber mit dem Donkey Kong nicht Das ist das Komm Komm Achso Willst du immer damit beenden? Versuch ich Okay So wie ich das im zweiten Teil versuchte Kann man ja auch machen Das ist das Das ist das Das ist das